Der beliebte Reifenhersteller und Automobilzulieferer Continental wird bis 2025 zwei weitere Standorte in Hessen schließen. Das hat die Folge von 1200 Stellen, die wegfallen werden. Wir gucken uns das ganz genau an in diesem Video. Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du neu bist für kritischen Content, gerne ein Abo dalassen. Wir sehen, dass das Handelsblatt berichtet darüber und ich weiß, dass einige von euch in der Automobilbranche arbeiten und dementsprechend reise ich gerne auf solche Themen hin und auch um die Brisanz dieser Themen. Und ich selber bin ein großer Continental-Fan. Einige von euch wissen das. Ich habe damals sechs Jahre schon her, wann war das ganz genau? Hier, Mai 2017, schon fast sieben Jahre her, einen sehr, sehr geilen Continental-Reifen auf meinem BMW Z4 damals gefahren. Das war der Sport Contact 6-Reifen. Wirklich ein super Reifen, der toll auf der Straße gelegen hat. Richtig schöne Performance hatte, dieser Reifen. Und wenn man sich überlegt, dass jetzt hier so große Probleme bei diesem Automobilzulieferer und Reifenhersteller offensichtlich bestehen, dass man natürlich sagt, ja, wir müssen jetzt gucken, Standort hier schließen, Standort da schließen. Wir legen das Ganze zusammen an andere Standorte, die wir in Deutschland haben und werden gucken, wo wir Einsparpotenzial haben. Dann wissen wir einfach, wir sind mitten in der Wirtschaftskrise in Deutschland drin. Nicht umsonst haben jetzt gerade kürzlich die Institute auch, mehrere waren es, eine Wachstumsprognose für Deutschland korrigiert auf nur 0,1% für dieses Jahr. Sie halten aktuell noch an der Wachstumsprognose 2025 für 1,4% fest. Das wird aber noch korrigiert. Davon gehe ich ganz klar aus. Und unter den G20-Staaten sind wir in Deutschland mit diesem Wert die schlechtesten. Das muss man sich mal überlegen, was wir für eine schlechte Wirtschaft aktuell hier einfach haben. Aber man sagt ja böse dazu, das wäre das grüne Wirtschaftswunder, das wir alle unbedingt haben wollten. Die Hessen Show berichtet ebenfalls auch über die Situation, dass hier die 1200 Arbeitsplätze fallen weg. Kontinental schließt Werke in Wetzlar und Schwalbach. Und ich habe mir das mal auf der Karte angeguckt, weil ein Teil der Mitarbeiter von den Betroffenen wird nämlich die Option bekommen, dass sie in Frankfurt oder aber auch in Babenhausen oder so heißt das, arbeiten können. Und wenn wir uns das auf der Karte mal angucken, ist das halt die Frage, wie realistisch das denn dann ist, ob die Leute das auch wahrnehmen können und werden. Alleine von der räumlichen Distanz her könnte das ja schon problematisch sein. Nehmen wir an, man arbeitet jetzt aktuell hier in Schwalbach am Taunus und wohnt jetzt hier irgendwo in diesem Bereich. Oder von mir aus auch in Wiesbaden. Ja, viel Spaß beim Pendeln nach Babenhausen dann hier beispielsweise. Nur von dem Standort aus, der jetzt geschlossen werden soll, sind es 50 Minuten. Ist eine ordentliche Strecke hier mit der A3 offensichtlich jetzt, gerade wo ich das Video aufnehme, von der Fahrzeit nicht so attraktiv. Und wenn man jetzt hier halt irgendwo Oberursel oder sonst wo hier oben in dem Bereich wohnt, hat man es natürlich noch unattraktiver. Alternativ gibt es dann auch die Möglichkeit, noch der Standort Wetzlar, der wird ja ebenfalls geschlossen. Und wenn wir uns das hier auf der Karte angucken, sehen wir jetzt Wetzlar. Hier rüber nach Babenhausen, ja Brustmahlzeit. Das sind einfach mal 99 Kilometer einfache Strecke. Wer soll dir die Spritkosten dafür bezahlen? Das ist ja absolut irrelevant. Wenn du jetzt in Gießen beispielsweise wohnst, musst du ja nicht anfangen nach Frankfurt oder Babenhausen oder sonst was runterfahren können, bei dieser Fahrzeit und alles. Und wir sehen ja auch, das ist jetzt hier mit dem Auto eine Stunde, mit Bus und Bahn, wenn das zweieinhalb Stunden. Wisst ihr Leute, dann ist es halt immer wieder, ja, nicht so der große Trost, dass so etwas jetzt angeboten wird, dass man sagt, ja, aber klar, wir übernehmen hier einen Teil. Insgesamt 1100 Arbeitsplätze in Hessen sollen schrittweise nach Frankfurt und Babenhausen, wie gerade eben gezeigt, verlegt werden. Ein Teil der Belegschaft soll dann umziehen. Die übrigen Stellen würden sozialverträglich abgebaut, heißt es. Ja, und wie soll dieser Umzug dann aussehen? Was ist, wenn du jetzt dort eine Immobilie gekauft hast, beispielsweise eine Wohnung oder ein Haus mit deiner Familie und die Kinder sind dort in der Schule, sind da auch mit dem sozialen Umfeld verbandelt? Das ist ja nicht praktikabel. Das ist ja absoluter Quatsch. Und klar, man kann es dem Unternehmen natürlich hoch anrechnen, dass sie so etwas jetzt ermöglichen, dass da eine Verlagerung stattfindet. Aber glaubt mir, von diesen 1100 werden das viele nicht wahrnehmen können, weil sie es nicht umsetzen können, weil das unrealistisch ist. Davon gehe ich ganz klar aus. Wenn ihr auch Zuschauer seid und betroffen seid, schreibt da mal eure Meinung gerne zu unten in die Kommentare rein. Nein, es ist halt wirklich ganz, ganz schlimm, was in unserem Lande mittlerweile hier alles losgeht. Und so sind auch zahlreiche Mitarbeiter jetzt sehr, sehr unzufrieden mit der Situation. Zitat, Schlag ins Gesicht heißt es hier von den Mitarbeitern zu diesen zwei Schließungen. Zerstörtes Vertrauen, Enttäuschung und Wut. Die Schließungspläne von Continental machen die Beschäftigten Wetzlar und Schwalbach betroffen. Aber sie wollen noch nicht aufgeben, wie es ja heißt. Ja, und dieses Nicht-Aufgeben, das erinnert mich dann natürlich daran, dass wir jetzt hier zum Beispiel die Situation bei Bosch, sieht ja auch nicht so gut aus, hatten vor einigen Tagen, dass die Menschen da auf die Straßen gegangen sind, von IG Metall aus. Wir haben das Ganze ja auch organisiert. Und wir sehen das hier, 25.000 Bosch-Beschäftigte demonstrieren gegen Stellenabbau. Und das war in verschiedenen Städten in Deutschland, wo sie auf die Straßen gegangen sind. Und das ist gut, natürlich, klar, Meinungsfreiheit. Und man soll ja seine Meinung frei kundtun und Demonstrationsrecht haben wir in Deutschland. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das aber wiederum, die Leute jetzt gegen ihren Arbeitgeber demonstrieren, genauso wie auch die jetzt hier über ihren Arbeitgeber meckern, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist doch der falsche Adressat für die Probleme, die wir haben. Weil warum geht jetzt ein Continental oder auch ein Bosch hin und sagt, ja, wir müssen jetzt Stelleneinsparungen machen, es funktioniert nicht mehr so wie vorher. Das machen die ja nicht, um die Leute jetzt zu ärgern, weil die sich darüber freuen, ja, super, haben wir dann 2.000 Mitarbeiter weniger, können weniger produzieren und werden noch weniger Absatz machen. Das ist ja absoluter Humbug. Nein, man müsste gegen diejenigen auf die Straße gehen, die das zu verantworten haben. Und das ist die Regierung natürlich. Weil die Regierung es nicht schafft, den Wirtschaftsstandort Deutschlands so attraktiv zu gestalten. Denn das sehen wir in verschiedenen Bereichen in Deutschland. Wir sehen es zum Beispiel in der Energiesituation. Wir haben mittlerweile so viel Stromimport nötig, damit hier nicht die Lichter ausgehen. Wir haben die mit teuersten Energiekosten, die es gibt ganz weltweit. Und auch die steuerliche Situation und die Abgabensituation für Mitarbeiter und die steuerliche Situation für Firmen ist so unattraktiv wie in kaum einem anderen Land. Nicht ohne Grund haben wir so viele Unternehmen in Deutschland, die mittlerweile das Land verlassen, weil sie sagen, das ist nicht mehr umsetzbar, das lohnt sich ja nicht mehr, hier etwas zu machen. Ich habe dazu auf meiner kleinen Website olli.net auch eine Tabelle erstellt, wo man das ganz genau sehen kann und alles hier mit offiziellen Quellen belegt, dass zum Beispiel hier Vodafone 2.000 Stellen einsparen möchte. Hier, TDK beispielsweise macht eine Produktionsverlagerung von 300 Stellen aus Deutschland raus nach Ungarn und China. Oder auch, Miele haben einige von euch bestimmt mitbekommen, Produktionsverlagerung von 2.700 Stellen nach Polen. Dann hier zum Beispiel auch Porsche Gigafactory wird voraussichtlich der Neubau nicht in Deutschland, in Baden-Württemberg passieren, sondern in den USA. Oder auch ZRF Friedrichshafen, auch ein großer Automobilzulieferer, der sagt, nö, Stellenabbau in Deutschland, neue Werke, 12.000 Stellen voraussichtlich, aber investiert mit 460 Millionen Euro in USA und 200 Millionen in Indien. Also von daher, man kann es den Firmen gar nicht verübeln, dass sie aktuell, ich sage mal, die Flucht hier aus Deutschland angehen. Oder sehe ich das falsch? Ihr könnt ja eure Meinung dazu mal in die Kommentare reinschreiben. Aber zurückzukommen zu Continental ist auch noch eine weitere Tochter von Conti betroffen, über die jetzt gar nicht so medial groß berichtet wird, aber das ist ebenfalls hier 600 Stellen, die betroffen sind. Das ist die Continental-Torcher, Conti-Tech und hier wird man ebenfalls auch zahlreiche Stellen abbauen und das hat natürlich immense Folgen. Also wer in der Automobilindustrie gerade arbeitet und irgendwie eine Möglichkeit sieht, für sich selber und für seine Familie hier in Deutschland abzuhauen und ins Ausland zu gehen, ich kann nur jeden beglückwünschen, der die Möglichkeit hat und diese Möglichkeit wahrnimmt, denn hier in Deutschland wird gerade diese Industrie, also die Automobilzulieferer-Industrie, noch viel, viel mehr Probleme bekommen in den nächsten Jahren. Denn wir sehen ja, was die Automobilwoche vor einigen Wochen auch veröffentlicht hat. Bis 2030 entfällt in Deutschland jede vierte Stelle. Hier Automobilzulieferer häuften sich in den vergangenen Wochen die Schreckensnachrichten und Branchenexperten rechnen damit, dass hier derzeit von rund 270.000 Jobs bis zu 2030 nur noch 200.000 übrig bleiben. Jetzt überlegt euch das mal, was das für Zahlen sind. Und da frage ich mich, was soll mit diesen Menschen allen passieren? Wenn die alle ins Bürgergeld kommen, werden diejenigen, die noch weiter in Lohn und Brot stehen, nur noch mehr zur Kasse gebeten. Das kann so alles nicht mehr weitergehen, Leute. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, was hier mit voller Wucht gerade auf uns einschlägt. Und gerade bei Continental als großer Fan von dieser Marke schmerzt mich das wirklich sehr. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare unten rein. Vielleicht habt ihr auch schon gute Erfahrungen mit Continental-Reifen gemacht. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Ich danke euch. Bis zum nächsten und ciao.